So, willkommen zurück. Ich schmeiß mich mal direkt in die nächste Mission und wir wechseln wieder den Spieler zurück zu Soap McTavish, der immer noch in Russland unterwegs ist. Wenn man auf den kleinen Satellitendingens da unten achtet, ja, da braucht es noch ein bisschen zum Laden. Auch das Satellitenbild da unten geachtet hat, finde ich es äußerst interessant, wo sie in Deutschland da Hamburg platziert haben. Und wir kriegen hier wieder... What the fuck? Schei... Ha... Ficken, ey... Boah! Yes, äh... Und nun? Ja, super Spiel! Ist alles noch dran? Los! Los jetzt! Wir müssen los, bevor die Suchtrupps hier sind! Auf jetz? Nein, nix wie weg hier! ...Polsen und beide Piloten sind tot, Sir! ...Tot? Ja, brauchen sie ja die Waffen nicht mehr. Okay, der Evakuierungspunkt ist nicht weit von hier. Machen wir uns auf den Weg! Bravo 6, Baseplate hier. AC-130 Luftunterstützung ist unterwegs. Es dauert aber eine Weile, bis sie in Angriffsposition sind. Verstanden! Bravo 6 in... Nein, es ist nicht Silence. ...Nix-130, was? Hab lange nicht mehr damit gearbeitet. ...Unauffällig bleiben. Wir sollten Ärger vermeiden. ...Uah... 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 ...Alles klar, gehen wir. Okay. ... ... Okay, I'll lead you to the Bastard before you land. Das sind alle Soldaten. Der alte Mann ist in Sicherheit. Schießt man da schon wieder? Aber auch hier schön wieder detailreich. Also ein ganzer Hof wurde hier gebaut. Indem man einfach so vorbeiläuft. Wie wo... Ich bin nur ein Baumstumpf. Der Alien fährt sich. Los jetzt. Wo? Kontakt auf 6 Uhr. Feuer erwidern. Los, 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 los. So cool. Cooler Lichteffekte vom Heli, der draußen rumfliegt. Ich finde auch geil, wie hier alles so verranzt aussieht. Hammer. Ich stehe auf so verranzte Häuser. Oh, weg, 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 weg. Oh, weg, weg, weg. Oh, ficken. Ja, apropos verranzte... Bist du blöd, oder so? Apropos verranzte Häuser. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht ein Fallout 3 Let's Play zu machen. Aber nicht... Also komplett die Story verfolgen. Die sollte ja mittlerweile jeder auswendig kennen. Und ich finde ja auch insgesamt nicht so gut die Mainquest. Sondern eher die... Ein bisschen so einfach nur das Ödland erkunden. Auf die Details natürlich achten. Die Atmosphäre genießen und so weiter. Die Nebenquests machen ein paar. Die Add-ons habe ich, die mal ein bisschen durchmachen. Ein paar Mods oder so. Mods habe ich auch. Dann mal ein bisschen was zeigen. Wenn Interesse da ist... Also mal ein bisschen das Ödland mit mir zu erkunden. Wo ist er da? Dann schreibt es auf jeden Fall in die Comments. Und... Dann wird es auch Beachtung finden. Insgesamt Comments. Würde ich mich freuen, wenn ihr ein bisschen euch mehr... Hinreißen lassen würdet, Comments zu schreiben. Ich freue mich über jeden einzelnen Comments unter meinen Videos. Jo. Das mal am Rande. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Liebe Dragonica. Ich hoffe, ich habe dein Lied richtig interpretiert. Boah, ficken hier. Was wird er geschossen auf mich? Da, du bist der Captain. Geh mal vor. Ähm... Wegen der Pate. Ähm... Ich finde, das Spiel der Pate ist... Aua, ich bin blind. Ich finde, das Spiel der Pate ist... Äh... Wie der Film. Ähm... Ja. Lahm. Zu lang. Und... Und überhaupt nicht mein Geschmack. Also, irgendwie... So gar nicht meins. Und... Deswegen wird das leider nichts. Wenn ich unbedingt ein Mafia-Spiel spielen soll, dann auch... Äh... Dass das so heißt. Also, Mafia. Aber... Da... Da oben ist nix. Blöder Typ. Und... Und... Nein, Captain Price ist toll. Oh shit. Da kommen jetzt die Köder von hinten. Ich hasse die Hunde. Na! Deswegen! Nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg! V, 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 V! Wo ist V? Da ist V! Äh... Ich bin beim Nachladen... Was wollte ich erzählen? Ach ja, wenn dann Mafia. Aber bei Mafia muss ich auch sagen... Ähm... Da habe ich das Problem mit diesem scheiß Autorennen. Das habe ich bisher noch nie ohne Schummeln, äh... Geschafft. Und ich würde in meinen Let's Plays gern... Äh... Schummeln. Oder cheaten. Und deswegen weiß ich noch nicht... Ob ich mich an Mafia dransetze.